Liebe Mutter, lieber Vater, liebe Eltern, Sie haben dieses Video angeklickt, weil Sie sich für die Taufe in unserer Gemeinde interessieren. Mein Name ist Bernd Köstling, ich bin der Pfarrer der Popstallgemeinde St. Joseph, Popst Köstling und ich freue mich, dass Sie Ihr Kind bei uns taufen lassen wollen. Sie finden auf dieser Webseite einige erste Fragen und Antworten, die Sie vielleicht im Zusammenhang mit der Taufe interessieren. Wenn Sie mehr Fragen haben, können Sie selbstverständlich mich anrufen oder mir eine E-Mail schicken. Sowohl die Nummer als auch die E-Mail finden Sie hier auf dieser Webseite. Ein ganz klein wenig zu unserer Gemeinde, wenn Sie Ihr Kind dann zur Taufe anmelden, dann werden Sie das hier im Pfarrbüro tun. Das Pfarrbüro ist im Pfarrhaus. Ich gehe jetzt ein Stück zur Seite, damit Sie schon einmal gucken können. Das ist das Pfarrhaus. Hier oben, das ist meine Wohnung und hier unten ist dann der Eingang und gleichzeitig dann auch das Büro. Und im Büro werden Sie, Frau Wode, unsere Sekretärin treffen. Sie werden sehen, dass zur Tauchvorbereitung auch Katechesen gehören. Katechesen sind im Gemeindehaus unserer Popstai. Das Gemeindehaus finden Sie, wenn Sie vor der Kirche stehen, auf die Kirchtür schauen und dann rechts gehen. Dort ist das Gemeindehaus. Dort finden die Katechesen statt. Einige Tage vor der Taufe werden wir uns sehen und wenn wir uns noch nicht kennen, uns kennenlernen. Dann werden wir miteinander über den Ablauf der Taufe sprechen und auch, wie Sie sich die Gestaltung der Taufe vorstellen. Und wenn es geht, dann werden wir die Wünsche, die Sie haben, selbstverständlich berücksichtigen und in die Feier der Taufe mit einbauen. Ja, ich freue mich auf Sie. Schön, dass Sie sich für die Taufe interessieren. Und vielleicht lernen wir uns ja einmal persönlich kennen. Darüber würde ich mich natürlich auch freuen. Viel Spaß auf den Seiten unserer Gemeinde und bis bald. Vielen Dank.